Okay, das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Okay, ne, hier kommen wir nicht weiter. Okay, ähm, mal gucken. Das hatten wir schon. Hm, ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter. Wir gehen einfach mal gucken, ob wir hier noch was finden. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für sie. Oh, das ist dieser Jake dann wahrscheinlich. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, stimmt, das war auch noch. Eine Sache. Dann gucken wir mal, ob wir was im Park finden. Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach... einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Oh, Verzeihung. Echt cooles Fernglas. Beobachtest du Vögel? Ja. Ich nehme an einem Wettbewerb teil. Oh. Viel Glück. Danke. Oh, Verzeihung. Schon gut. Was soll uns dieser Baum sagen? Liebe überdauert alles? Dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv. Nee, wahrscheinlich nicht. Du schreibst einen Roman? Seit wann? Ich stehe noch ganz am Anfang. Was, wenn ich morgen sterbe? Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Cool. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Hört endlich alle auf. Um mir zu sagen, das ist okay. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan. Ja. Für den ist es auch ziemlich schwer. Er wirkt so... einsam. Hey, Ethan. Hey, Alex. Ich glaube, wir müssen ihn nicht fragen, ob alles okay ist. Willst du darüber reden? Alles gut! Oh. Okay. Okay. Gut geht es ihm nicht. Ich bin für dich da. Wann immer du mich brauchst. Hm. Einfach furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. Sehr wahrscheinlich, ja. Wow. Oh, die Moodie. Im Moment wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn das Frühlingsfest mit einem Opferritual endet. Disk-Golf-Korb. Aha. Was denn? Disk-Golf. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Disk-Golf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Was zur Hölle ist denn ein Disk-Golf? Was habe ich noch nie gehört? Das könnte unser gefiederter Freund sein. Was? Oh. Nicht blind? Oder hört sie ihn nur? Ach da. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Kann man machen. Da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Kein Problem. Okay, wir laufen mal nochmal zurück. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Hinterhöfe. Kann ich nicht weitergehen? Nee. Okay. Da kommen wir auch nicht nach oben. Oh. Alles klar. Ja, dann viel Spaß beim Beobachten, ne? Okay. Ich würde sagen, wir gehen nur nochmal in die Black Lantern. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Gucken wir ja schon. Können wir hier nochmal gucken? Aber hier ist auch nichts anders. Okay. Ich weiß nicht, wann die Worte Gabe Chen und Trauerfeier aufhören werden, seltsam zu klingen. Aber noch ist es nicht der Fall. Oh, ich hätte eine Idee, was ihnen... Vielleicht die Bewerbung? Okay. 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 Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Ja. Das wäre gut. Okay, wir gucken mal, ob wir eventuell mit der Bewerbung was anfangen können, weil das weiß er ja eigentlich noch nicht. Und jetzt ist das unser Wissenstand. Und jetzt ist das unser Wissenstand. Okay. 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 Wohl nicht. Womit könnten wir ihn provozieren? Schreiben vielleicht? Okay. Dann wird das übersehen. Schauen wir mal. Die Frage ist nur, wo ist Riley? Hier ist sie jedenfalls nicht. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Das Windspiel. Die erste Swing Band. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Hm. Okay. Ähm, wir müssten einmal in den Plattenladen. Ich könnte mir anschauen, was Steph geplant hat. Brandneuen Indie-Rock-Socks für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Hm. Okay. Also ein Charakter im Bogen. Name. Wir sind eine Halbelf. Barde. Heating Serenade. Oh, okay. Ähm, wie hast du Tana kennengelernt und... Ach, Verzerrungswert. Okay. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Hm. Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Ah, wir können ja eigentlich aussuchen, wie er heißt. Wir gehen mit Alexandra. Die Ästhetik der Einfachheit. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Das stimmt. Ich würde auf jeden Fall mit der Healerin gehen. Heilende Serenade. Ganz klar. Wie habe ich Fënor kennengelernt? Hm. Eine lustige Geschichte. Gingen ein Wolf und ein Ogre in eine Bar. Oh Mann. Dieses Labding könnte wirklich funktionieren. Okay. Also, das haben wir schon mal. Jetzt ist die Frage... Wo finden wir Riley? Haben wir eine Nachricht vielleicht von ihr? Ja, ich würde gerne mit ihr reden. Ich würde dir gerne schreiben. Aber das funktioniert leider nicht. Ich habe irgendwas übersehen wahrscheinlich, aber ich weiß gerade noch nicht genau was. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Danke nochmal, dass du vorbeigekommen bist. Kein Problem. Wo ist Riley? Wo ist Riley? Also, im Blumenladen war sie nicht. Hierüber kommen wir nicht. Können wir noch mal mit ihm reden? Vielleicht? Hätte ich das versuchen sollen? Wir sind hier fertig. Hm. Dachte ich mir. Okay, das ist es also auch nicht. Hier drin vielleicht? Nee. Okay. Bin ein bisschen verloren. Wo ist Riley? Haven Drugs. Bin aber auch nicht rein. Hier vielleicht? Nee. Okay, versuchen wir es mal hier nochmal. Nee, hier scheint sie auch nicht zu sein. Hey. Ich habe Ethan gerade gesehen. Er ist ein aufgeweckter Junge. Er weiß, wie sehr du leidest, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Anstatt zu versuchen, stark für ihn zu sein, wäre es vielleicht das Beste, wenn du ihm zeigen würdest, dass es okay ist, zu trauern. Das ist wirklich hilfreich, Alex. Danke. Ja, das macht vielleicht auch so. Das ist ja auch nicht. Okay, gut. Vielleicht war ich im Park nicht überall? Das ist gerade gar nicht. Irgendwo muss sie doch sein. Oh, da ist sie. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Hey, Riley. Alex. Hey. Vielleicht sollten wir nicht direkt damit anfangen. Ich weiß, du und Gabe hat befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er für dich da war. Er war ein wirklich guter Mensch, Alex. Okay, das mit ihrer Mutter will ich ihr auch nicht direkt sagen. Weil ich sonst Angst habe, dass sie wütend wird, weil sie es nicht verstehen will. Und uns dann nichts mehr über Mac sagt. Also. Der Streit zwischen Mac und Gabe. Wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihnen beende. Und nach all dem, denke ich, dass sie recht hatten. Das ist ja eigentlich die Frage, die wir wissen wollen, aber... Das kann sie wahrscheinlich auch nicht wissen, oder? Außer sie war bei ihm. Oh Mann. Ähm... Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine... Meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Okay, wir... Ich bin noch nicht bereit, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Hm. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeuer. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich hab gesagt, ich müsste nachdenken. Aber ich... Ich hab Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Oh, ja, dann verdient sie die Wahrheit wohl auch. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Oh, ich dachte, Eleanor wäre ja klüter. Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich hab meine Mom nie kennengelernt. Aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber... Ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Ich muss los. Ich hab noch was zu erledigen. Okay. Oh, Mann. Bis bald, ja? Ja. Wann immer du magst. Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich meine, es ist auch irgendwie verständlich, dass er abhauen will. Weil jetzt irgendwie vielleicht alle denken, dass er dran schuld ist. Und vielleicht war er es nicht. Vielen Dank für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss. Aber wir hoffen bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Weitere Neuigkeiten folgen bald. Falls du jemanden brauchst, der dir mit Ethan oder irgendwas anderem hilft, lass es mich wissen. Okay. Achso, warte mal. Haben wir ein SRS vielleicht bekommen? Okay, dann zu Mac. Und das ist jetzt auch ziemlich blöd, denn sie hat uns das anvertraut. Und wir sagen es jetzt direkt oder verwenden es jetzt direkt bei Mac. Andererseits, denke ich, kann sie damit auch rechnen. Hat sie vielleicht sogar damit rechnen. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Ja, ich glaube, wir haben alles erledigt, ne? Ja. Oh, okay. Das wird jetzt unangenehm. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Ich glaube, wir haben alles. Okay, dann mal los. Riley hat mir von deinen Plänen, die Stadt zu verlassen, erzählt. Unschuldige wollen nicht einfach verschwinden. Ich... Es ist nicht... Ich hab wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Oh, okay. Das deutet so ein bisschen darauf hin, was ich gesagt habe. Fuck. Ich kümmere mich später um Meg. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Okay, dann auf. Teifel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Und Riley, die das ja auch denkt. Gut. Gut.